Heute reden wir über meine Erfahrung, die ich in der finalen Close-Beta von Honka Starry gemacht habe und ich gebe euch noch mal eine ehrliche Meinung zu dem Spiel, ob das jetzt ein Erfolg wird oder eher nicht. Wer sich für das Spiel noch nicht vorregistriert hat, kann das gerne über den Link in der Beschreibung nachholen. Je mehr Leute sich registrieren, desto mehr Belohnungen bekommen wir dann auch beim Release. Ganz wichtig. Man hört sehr oft, dass viele Genshin Impact mit Honka Starry vergleichen. Ich kann das verstehen, denn diese Games haben viele optisch ähnliche Elemente. Dennoch fühlt sich Starry einzigartig an, vor allem dann, wenn man es selbst spielt. Allein, dass es ein Strategierollenspiel ist, unterscheidet sich schon sehr stark von Genshin Impact. Aber um dieses Thema soll es in diesem Video auch gar nicht gehen. Klären wir erstmal so die allgemeinen Sachen. Zum Beispiel die Musik, denn da hat Toyoverse wieder einen richtig guten Job gemacht. Es ist extrem nice, vor allem in den Kämpfen, da ist der Jam nämlich richtig wild. Und die Musik macht wirklich für aus, bekommt von mir eine 10 von 10. Die Designs und Animationen sind auch top, darüber kann ich gar nicht meckern. Alle Charaktere sehen einzigartig aus und die Welt ist unfassbar schön gestaltet. Die Kämpfe führen sich trotz Turn-Base sehr smooth an und durch die ganzen Skills und Mechanics wird es nie langweilig. Das Gacha-System ist in meinen Augen fairer als in Genshin. Aber bedenkt bitte, dass alles, was ich hier sage, beruht sich auf den finalen Close-Beta. Es kann sich einiges natürlich bei dem offiziellen Release ändern. Aber auf das Gacha-System gehen wir später ein. Und was ich noch cool finde, ist, dass man auch einen Skill-Tree im Spiel hat, womit man seine Charaktere individuell nach seinen eigenen Präferenzen skillen kann und bauen kann. Finde ich sehr schön. Und dadurch ist jeder Fight von Spieler zu Spieler unterschiedlich, je nachdem, was sie geskillt haben. Dann gebe ich noch einen riesen Pluspunkt an Honkest Daryl, dass sie den Hauptcharakter wirklich gut designt haben. Jetzt nicht nur vom Aussehen her, sondern auch von den Skills, Fähigkeiten und wie stark er ist. Denn er ist tatsächlich brauchbar. Man will gar nicht auf ihn verzichten. Man hat ihn von Anfang an dabei und er wird auch später halt auch nicht schwächer, denn er hat noch eine Weiterentwicklung. Man kann nach einem bestimmten Punkt, je nachdem, wie weit ihr mit der Story seid, entscheiden, ob ihr ihn auf Tank spielen wollt. Das ist momentan diese Stage hier. Da ist er auch Element Feuer. Oder man spielt ihn halt standardmäßig, wie man ihn davor schon kannte, auf physisch. Dann ist er DPS, hat aber auch eine Keule als Waffe und hier als Tank hat er ein riesen Großschwert als Waffe. Man kann jederzeit zwischen diesen beiden Modis switchen. Wie gesagt, der Main-Charakter ist unfassbar gut und den sollte man auch hochleveln. Meine persönlichen Sorgen wären, dass das Spiel für einige ja eventuell langweilig wirken könnte durch diesen rundenbasiertes Kampfsystem. Und es auch dann ja zu repetitiv rüberkommen könnte. Und da ist natürlich subjektiv, ob Leute so ein Spielstil mögen oder nicht. Aber wie gesagt, die breite Masse würde es eher ansprechen wie so ein Kampfsystem. Open World wie Genshin Impact. Dafür ist Honker Starry, seien wir ehrlich, dann ein bisschen zu Nisch. Ein weiterer Punkt, was ich sehr schade finde. Vielleicht wird es noch in Zukunft hinzugefügt oder geändert. Aber es gibt keine direkten Multiplayer-Funktion. Und die einzige Funktion, die existiert, ist Freundschaft-Unterstützungs-Funktion. Ihr könnt einen Charakter an euren Freunden bereitstellen. Dieser Charakter von euch können eure Freunde beliebig ausleihen. Und dafür bekommt ihr Credits, also die In-Game-Geldwährung, dafür, dass andere euren Charakter nutzen durften. Das ist die einzige Funktion, wo wir mit anderen Spielern in Kontakt kommen. In meinen Augen leider zu wenig. Dann gibt es noch eine Sache, die ich weniger fühle, aber ich akzeptiere es. Es ist nicht Open World, Open World. Honker Starry ist, wie soll ich sagen, eher so ein Semi-Open World-Spiel. Du gehst halt von Map zu Map rüber und erkundest halt bestimmte Regionen und Gebiete. Du kannst aber jetzt nicht einfach frei rumlaufen ohne Ladescreen die ganze Zeit. Honker Starry hat auf jeden Fall auch Rook-Like-Elemente drin. Dann müssen wir noch klären, ob Honker Starry überhaupt Free-to-Play-freundlich ist. Ganz, ganz wichtig. Und das Ergebnis wird einige von euch überraschen, denn die Antwort in meinen Augen lautet, ja, es ist Free-to-Play-freundlich. Sehr sogar. Wenn ihr zum Beispiel in Truppen geht, by the way, das geht ohne Laden. Zack, ist man sofort drinne. Warum auch immer man ein Genshin so lange warten muss. Ihr bekommt im Laufe des Spiels insgesamt acht kostenfreie Charaktere. Ja, kein Witz. Kein Charakter ist schlecht, jeder ist brauchbar und dafür gibt es auch ein Lob an Holyoverse. Wir bekommen auf jeden Fall hier den Main-Charakter. Am Anfang bekommen wir auch Dunhang. Er ist ein sehr starker Wind-Single-Target-DPS. 7. März bekommt man auch kostenfrei. Sie ist ein Ice-Tank-Schilder-Support. Super nützlich, vor allem beim Bossen oder schwere Stages. Asta ist ein Feuer-Support, die euch auf jeden Fall nochmal bufft im Kampf. Sehr nützlich. Diese vier Charaktere bekommt ihr relativ zeitnah am Anfang. Hertha kommt später auch noch dazu. Kriegt ihr auch kostenfrei und ihr könnt sogar auch hier kostenfreie Konstellationen, in dem Sinne auch Eidolons nennt sich es in Honkai Starreal, erfarmen. Indem ihr eine der Endgame-Modes Universum-Simulation einfach macht. Und sie ist ein solider Ice-Flächenschaden-DPS. Dann werden wir Servile komplett for free bekommen, weil wir über 3,5 Vorregistrierungen erreicht haben. Bitte registriert euch, wer es noch nicht gemacht hat, damit wir mehr Belohnungen bekommen. Auf jeden Fall bekommen wir sie kostenfrei. Sie ist ein Elektro-Flächen-DPS. Sie ist sehr stark auch. Dann bekommen wir noch, wenn es so bleibt, Shinshi kostenfrei, wenn wir vergessene Halle Stufe 3 erreicht haben, beziehungsweise gecleared haben. Sie ist dann unser erster Quantum-Charakter. Die PS, den wir bekommen, ultra stark. Kann ich euch auch nur empfehlen, sie zu bauen. Und zu guter Letzt bekommen wir noch ganz normal durch Zocken Natascha. Sie ist vom Element physisch und ist unsere erste Free-to-Play-Heilerin, die wir bekommen. Ihr seht hier schon ganze 8 Charaktere, eigentlich 9, wenn man hier den Trailblazer noch mit reinzählt, dass er 2 Klassen hat. Die bekommt man einfach so durch Spielen und sind wirklich bis Endgame noch sehr stark. Dennoch muss man sagen, dass 5-Sterne-Charaktere generell eine bessere Skalierung haben und tendenziell auch stärker sind. Aber ihr seht auch hier 3 5-Sterne-Charaktere. Es ist einmal Seele, sie ist ein limitierter Charakter. Bronja, Standardbanner. Und Gepard hat auch Standardbanner. Alle 3 ultra stark. Die habe ich komplett kostenfrei erfarmt. Allein durch das ganze Erkunden, Questen, die ganzen anderen Belohnungen, Endgame-mäßig, Dailies und so, was man alles macht, schaltet man unglaublich viele Kristalle frei, womit man halt pullen kann. Und ihr seht, das ist wirklich machbar. Über die ganzen anderen Funktionen und Sachen gehe ich nochmal in andere Videos näher drauf ein. Ich werde in den kommenden Wochen auch einen Anfänger-Guide ready machen für den Launch, damit ihr bestens vorbereitet seid mit den wichtigsten Sachen, die ihr wissen müsst, Tipps und Tricks etc. Aber jetzt lasst uns nochmal über das Gacha-System reden. Es ist in meinen Augen, wie gesagt, fairer als ein Genshin Impact, aber es ist halt trotzdem schon eine Challenge, also einen 5-Star zu bekommen. Pity ist auch hier, soweit ich weiß, bei 90. Kann sich, wie gesagt, beim offiziellen Release noch ändern. Ein Soft-Pity wurde bisher noch nicht so wirklich ermittelt. Viele haben ihren 5-Star zwischen 80 und 90 Pools bekommen. Und am Anfang bekommt man noch einen Anfänger-Banner, wo man nach 50 Pools garantiert einen 5-Star bekommt. Finde ich auch sehr nice. Vielleicht bleibt das. Ich kann es nur hoffen. Darüber habe ich zum Beispiel Bronja gepoolt. Ich bin da unglaublich happy. 50-50s existieren auch hier leider. Ich habe hier sogar mein 50-50 verloren, angepaart. Danach habe ich aber direkt Seele bekommen nach ein paar Pools. Bin mega happy. Aber es wird eh gelöscht, von daher, was soll's. Es gibt aber zwei Pool-Währungen. Es ist einmal ein Star-Rail-Sonderpass. Das ist so ein goldenes Ticket. Und dann gibt es nochmal so ein silbernes Ticket, so ein normales Ding. Star-Rail-Pass nennt sich das dann hier. Aber warum sagt der Hai, dass es dann fairer ist, wenn ein 50-50 zum Beispiel existiert und auch 90er Pity und so? Dazu kommen wir jetzt. In Honkai's Story existieren keine Waffen per se. Diese Waffen heißen hier Light Cones oder Lichtkegel. Das sind eure Waffen, müsst ihr euch vorstellen. Das sind so eine Karten, die ihr sammelt. Diese Lichtkegel geben euch einen Basis-Stat und einen besonderen Buff oder Effekt, je nachdem, welchen Lichtkegel ihr habt. Das unterstützt euch enorm im Kampf und stärkt auch euren Charakter, je nachdem, wer das ausgerüstet hat. Und hier ist es so, dass nur ein Lichtkegel existiert, also nur eine Waffe. Hier sind nicht zwei 5-Sterne-Waffen, wo ihr dann pokern müsst, sondern es ist nur eins. Ihr könnt nur das hier bekommen. Aber es ist eine 75 zu 25% Chance, soweit ich weiß. Wenn man das verliert, bekommt man dann beim nächsten Mal das garantiert. Dann kommen wir zu den Standard-Banner. Funktioniert ähnlich so wie in Genshin. Ihr könnt es euch wie das Wanderlust-Banner vorstellen. Aber hier ist eine sehr besondere Funktion dabei, nämlich zusätzliche Belohnungen. Klickt man darauf, sieht man, dass man, wenn man 300 Pools erreicht hat, kann man sich hier einen 5-Sterne-Standard-Charakter auswählen. Und das ist so, so mächtig in meinen Augen. Ich kenne zum Beispiel viele aus Genshin, die bis heute kein D-Look oder kein Keshing oder keine Mona oder keine Jean gepoolt haben, weil es ja keinen direkten Banner gibt, was diese Charaktere garantiert. Und auch wenn man ein 50-50 verliert, kann es sein, dass man jahrelang immer noch keine Himiko zum Beispiel bekommt. Durch dieses System garantiert ihr euch das. Und das finde ich sehr nice. Eine weitere Sache, die ich sehr wertschätze, ist, dass es ein bestimmtes Item im Battle Pass gibt, den man bekommen kann, ohne jetzt Geld auszugeben. Das ist der normale Battle Pass. Ab Stufe 40 bekommt man nämlich ein selbstformendes Harz. Dadurch könnt ihr euch ein Relikt selber aussuchen mit dem passenden Main-Stat. Die Sub-Stats sind immer noch random, aber die Main-Stats, das allein kann uns auf jeden Fall schon sehr helfen. Hat Genshin zum Beispiel nicht. Relikte sind sowas wie Artefakte, könnt ihr euch vorstellen. Ihr seht schon, Honkai Starry hat sehr viele Sachen, die mir extrem gefallen. Nichtsdestotrotz gibt es einige Dinge, wo ich sage, es könnte eigentlich noch besser sein. Auch hier haben wir ein Energiesystem, ein Resin, so gesagt. Hier heißt es halt Trailblaze-Kraft. 180 insgesamt, das können wir hier verbrauchen nach Belieben. Das lädt sich auch nach alle paar Minuten auf. Und diese Energie kann man hier mit dieser Flasche auffüllen oder halt mit Crystals. Persönlich muss ich aber sagen, dass ich vor allem am Anfang bis Mid-Game gar nicht gestruggelt habe mit Energie, weil es so viel zu tun gab, wo man diese Energie gar nicht gebraucht hat. Wie das dann in Endgame aussieht, werden wir dann sehen. Generell mein Fazit. Ich finde, Honkai Starry sollte man auf jeden Fall eine Chance geben. Und ihr werdet es sehen in den ersten Minuten schon, ob ihr das führt oder nicht. Weil mich hat das direkt in den ersten Sekunden gecatcht. Jeder bekommt nämlich am Anfang schon einen ziemlich reibungslosen Einstieg in das Spiel, wie was funktioniert und so weiter. Und generell ist es für mich einfach so ein cozy Game, was ich einfach spiele, um ein bisschen stresslos zu werden und einfach zu entspannen. Die Story ist auch unfassbar gut geschrieben. Der Kontext und alles ist ein bisschen reifer als ein Genshin Impact. Ich werde hier von der Story nicht spoilern, denn es passieren echt krasse Sachen. Genießt es auf jeden Fall, wenn es draußen ist. Ich denke, dass Honkai Starry schon einen Erfolg feiern wird, vor allem in dem Bereich bzw. Nische, in dem sich das Spiel befindet. Aber ein riesen, riesen, riesen Erfolg wie Genshin Impact, das bezweifle ich, weil Honkai Starry einfach kein Open-World-Spiel ist und somit nicht so die breite Masse anspricht. Aber wer weiß, lassen wir uns überraschen. Ich würde es mir natürlich wünschen, wenn das Spiel steil geht. Und sonst, vergesst wie gesagt nicht, euch zuvor registrieren, wer es noch nicht getan hat. Und lasst auch gerne ein kostenfreien Abo da und einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, damit ihr keinen Content mehr verpasst. Und damit verabschiede ich mich auch. Wir sehen uns in den nächsten Streams oder Videos wieder. Bye bye, euer Hai. Was sagt Seele? Sagt sie Tschüss? Ja, sagt sie. Bye bye. ... ... ...